Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda. Individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Für Sie umgebaut. Dreiraum zu Zweiraumwohnungen mit geräumigem Bad, größerer Küche und Abstellraum. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy.de. Rosa Xan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Das zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht es spürbar besser. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonard Rose. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Drehscheibe Lausitz vom 16. September. Schön, dass Sie auch in der neuen Woche wieder dabei sind. Und wir starten unsere gemeinsame Halbestunde mit ersten Kurzmeldungen vom Tag. Am Montag ist ein Teil der Straße aus dem Industriegelände in Hoyerswerder Stadt einwärts wieder für den Bus- und Pkw-Verkehr freigegeben worden. Über die Einfahrt Tsiokowski-Straße muss der Verkehr Richtung in die Innenstadt rollen. Der Lkw- und Durchgangsverkehr wird großräumig über die B96 umgeleitet. Für Radfahrer in Richtung gibt es eine ausgeschilderte Umleitung über das Rosarium. Die Einfahrt ins Industriegelände erfolgt weiterhin über den Behelfsweg. Am Donnerstag wird im Industriegelände in Hoyerswerder die Straße A mit neuer Verkehrsführung wieder für den Verkehr freigegeben. Es wird dafür die Straße E zwischen Kaufland und Tankstelle vollgesperrt, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Sie wird erneuert. Eine Umleitung führt dann über die Straßen A und F. Ein ankommender Zug aus Görlitz, das gehört wieder zum alltäglichen Bild am Hoyerswerder Bahnhof. Für gut acht Jahre sollte dies nämlich nicht der Fall sein, sodass die beiden Städte via ÖPNV nur über einen Bus erreichbar waren. Um das Vorbeisein solcher Zeiten zu unterstreichen, erhielt am Freitag ein Odeck-Zug vom Typ Regio-Shuttle den Namen Stadt Hoyerswerder, Miesto Wojersi. Im Beisein von Bürgermeister Thomas Delling sowie dem Odeck-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann und dem stellvertretenden Zvon-Geschäftsführer Christoph Menert bekam der gelb-grüne Botschafter seinen neuen Namen. Und damit auch in Gottes Namen nichts schief gehen kann, taufte Pfarrer Heinrich Koch die Bahn mit Wasser aus der Schwarzen Elster, auf dass der Bahn nun zwischen Hoyerswerder und Görlitz nichts mehr passieren kann und sie im besten Fall auch immer rechtzeitig ankommt. Der umfangreiche Umbau der Zittauer Bahnhofs ist jetzt auch offiziell abgeschlossen worden. Zuletzt hatten die Deutsche Bahn als Eigentümerin noch die Bahnsteigdächer kompletiert, sowie die Aufzüge installiert. Letztere sorgten allerdings bereits durch mehrfache Ausfälle für Ärger. Die Bauarbeiten hatten vor etwa drei Jahren begonnen. In ihrem Zug wurden nicht mehr benötigte Gebäude abgerissen, die Gleise und Bahnsteige erneuert, sowie ein elektronisches Stellwerk errichtet. Auch die Beleuchtung und das Wegeleitsystem sind auf dem neuesten Stand. Es wurden zudem auch noch eine neue Brücke gebaut. Bahn und Bund haben insgesamt ca. 45 Millionen Euro investiert. Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits Ende 2018 beendet sein. Die seit langem ersehnten stationären Blitzer an der Freudenhöhe sowie an der Kreuzung Rathenau-Dresdnerstraße in Zittau sind da. Sie dienen sowohl der Geschwindigkeitsmessung als auch der Feststellung von Rotlichtverstößen. Laut dem Landratsamt Görlitz handelt es sich um Unfallschwerpunkte, an denen oftmals Fehlverhalten zu Zusammenstoßen führten. Die Anlagen sind geliest. Ihr Betrieb kostet den Landkreis pro Jahr 32.000 Euro. Die Bußgeldeinnahmen dürften wesentlich höher liegen. Viel wichtiger sei laut Landratsamt jedoch die abschreckende Wirkung auf potenzielle Verkehrssünder. Das neue Feuerwehrhaus im Pulsitzer Stadtteil Oberlichtenau nimmt Gestalt an. Nachdem bereits Ende Juli das Richtfest gefeiert werden konnte, erfolgte nunmehr der Einbau der Fenster und Tore. Die Elektroinstallation ist abgeschlossen, ebenso der Trockenbau an der Decke der Fahrzeughalle. Derzeit erfolgen Putzarbeiten sowie die Gestaltung der Außenflächen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1,3 Millionen Euro. Die Übergabe soll im Dezember erfolgen. Die Linksjugend Bautzen hat am Samstagnachmittag zu einer Demonstration nach Bautzen eingeladen. Etwa 60 Personen fanden sich ein, um an die Ausschreitungen auf dem Kornmarkt vor drei Jahren zu erinnern. Nach einigen Redebeiträgen, die sich besonders gegen Udo Witschers und Oberbürgermeister Alexander Ahrens richteten, zog die Gruppe über die Dresdner Straße und durch die Innenstadt. Die Polizei sicherte die insgesamt ruhig gebliebene Veranstaltungen mit einigen Kräften ab. Einige ältere Personen hatten versucht, sich den Demonstranten in den Weg zu stellen. Sport und Party, das stand am Wochenende in Hoyerswerda auf dem Plan. Von Freitag bis Sonntag war nämlich wieder das jährliche Stadtfest angesagt. Und am Samstag kamen zudem alle großen und kleinen Freizeitsportler beim Hoyvoy Citylauf auf ihre Kosten. Wie gut, dass mit Vanessa Ulbricht und Lars-Henrik Wacker gleich zwei Kollegen vor Ort waren und jetzt für sie ein Dreamteam bilden. Startschuss zur mittlerweile 13. Auflage des Hoyboy Citylaufes. Das ist der Termin des Jahres für alle Freizeitläufer, die auf der Strecke wirklich alles geben wollen. Und so wurde auf dem Kurs mit dem Start- und Zielpunkt in der Straße des Friedens wie immer gelaufen, was das Zeug hält. Möglichkeiten gab es ja allerhand bei den insgesamt 15 Läufen. Egal ob groß oder klein, hier kamen wirklich alle Sportler auf ihre Kosten. Und bei nicht zu heißen Temperaturen um die 20 Grad war es sogar dem Bären des SC Hoyerswerda nicht ganz so heiß. Also gute Bedingungen für die Läuferinnen und Läufer, die sich entweder als Einzelkämpfer oder Teamplayer in der Staffel auf den Weg machten. Doch wenn wir schon über das Mannschaftslaufen sprechen, dann bitte über den Durchgang mit der vielleicht größten Prestige. Es geht nämlich um den VBH-Firmathlon. Fünf Starter einer Firma, sowohl Männer als auch Frauen Teams, zwei Kilometer und möglichst schnell unterwegs sein. So die Devise. Bei diesem Lauf möchte wirklich keiner abgehängt werden. Und das Laufen mit den Kollegen hat ja auch so seinen Charme und macht einfach Spaß. Vor allem dann, wenn sich die Firmen der Region im Vorfeld so ein bisschen was einfallen lassen. Sei es bei der Gestaltung der Rennshirts oder den teils ungewöhnlichen Kopfbedeckungen. So lernt man seine Mitmenschen mal von einer anderen Seite kennen. Doch wer hat denn nun den schnellsten Arbeitsplatz? 41 Staffeln haben ihren Meister ausgemacht. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Bei den Frauen ging Rang 3 an das Kinder- und Jugendzentrum der AWO in Hoyerswerda. Platz 2 holten sich die Damen von Nährlich und Lesser. Doch in 48 Minuten und 54 Sekunden sicherte sich die Staffel der Lausitzer Werkstätten Hoyerswerda, überlegen den Tagessieg. Eine wirklich tolle Leistung der schnellen Damen. Doch auch die Männer waren zügig unterwegs. Rang 3 ergatterten sich die Lebensräume Hoyerswerda. Knapp davor auf Platz 2 sind die Männer von Mayermöbel das erste Team. Aber die geballte Manpower gab es von Nährlich und Lesser. 36 Minuten 43 Sekunden. Dazu alle Starter deutlich unter 8 Minuten unterwegs. Doch unabhängig von den Zeiten und Platzierungen können alle Starter auf ihre gezeigten Leistungen wirklich stolz sein. Sie sind nicht nur ins Ziel gekommen, sondern hatten auch noch jede Menge Spaß dabei gehabt. Und das steckt sichtlich an. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass nur wenige Meter weiter beim Stadtfest ordentlich was los war. Nicht wahr, Vanessa? Ja, Lars, absolut. Läuferisch ging es beim Stadtfest deutlich gemütlicher zu. Aber warum soll man auch über das Festgelände rennen? Für Tempo sorgten nämlich die zahlreichen Fahrgeschäfte. Mal ging es am Boden so richtig rasant zur Sache. Dann sollte in der Luft die Post abgehen. Durchgeschüttelt wurde man natürlich auch. Und die Kleinen? Die durften mal so richtig durchdrehen. Aber so ein Stadtfest hat auch seine entspannten Seiten. Und ganz oben auf dem großen Riesenrad hatte man schlicht den besten Blick auf Heuwoi. Alle Freunde des Sommers sollten so kurz vor dem Herbst in der Sommerlounge der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda noch einmal auf ihre Kosten kommen. Mit einem großen Pool. Da wollten selbst die Steppkes nochmal baden gehen. Doch spätestens bis zum großen Highlight am Sonntagabend sollten alle wieder trocken sein. Denn traditionell wird das Stadtfest mit einem großen Feuerwerk verabschiedet. Genießen Sie also nochmal die schönen Farben am Himmel und lassen Sie den Gedanken freien Lauf. Genießen Sie also nochmal die Schmerzen des Sommers. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Im Sommer 2020 wird sich das Industriedenkmal dann wieder allen Besuchern und Gästen präsentieren, heißt es in einer Mitteilung aus dem Museum. Am 19. September 2019 lädt das Malteser Krankenhaus St. Johannes gemeinsam mit dem Kamenser ASG-Rettungsdienst zu einer Aktion im Rahmen der Woche der Wiederbelebung auf dem Marktplatz in Kamens ein. In der Zeit von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr werden medizinische Fachkräfte und Notfallsanitäter an einem Stand auf dem Wochenmarkt über Reanimationsmaßnahmen informieren und Anleitung in Herzdruckmassage geben. Ein plötzlicher Herzstillstand könne jeden treffen. Deshalb sollte jeder in der Lage sein, im Notfall einfache und lebensrettende Sofortmaßnahmen zu ergreifen. Mit dem kleinen Training vor dem Rathaus können Menschen jedes Alters ihr Wissen um lebensrettende Maßnahmen auffrischen. Interessierte sind also herzlich willkommen. Die für Wirtschaft, Technische und Bauangelegenheiten zuständige Dezernentin des Landkreises Görlitz, Heike Zettwitz, wechselt in den Landkreis Damisch-Brewald. Dort übernimmt sie die Stelle einer Beigeordneten des Landrates. Der Kreistag des brandenburgischen Landkreises mit Sitz in Lüben wählte Zettwitz am Mittwoch mit 44 von 46 Stimmen. Heike Zettwitz war eine von drei Frauen unter insgesamt 13 Bewerbern auf die Stelle. Ihre im Landratsamt Görlitz gesammelten Erfahrungen waren laut Beschlussvorlage mit ausschlaggebend für die Auswahl. Der genaue Zeitpunkt ihres Amtsantritts steht noch nicht fest. Das Grundschulzentrum im Löbauer Stadtteil Kittlitz wird zurzeit energetisch saniert und erweitert. Bereits 2004 und 2005 waren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an dem Standort durchgeführt worden, damit eine zweizügige Grundschule mit angeschlossenem Hortbetrieb eröffnet werden konnte. Verschärfte Brandschutzbestimmungen sowie der Gesamtzustand der Gebäudesubstanz machen nunmehr eine grundlegende Rekonstruktion notwendig. Im ersten Bauabschnitt werden am vorhandenen Altneubau die Fenster gewechselt sowie Dach und Fassade gedämmt. Der zweite Bauabschnitt beinhaltet die Errichtung eines Anbaus für die Unterbringung von Büro- und Verwaltungsräumen. Die Gesamtmaßnahme soll bis 2022 abgeschlossen werden. Nach einem Wolfsriss in der Gemeinde Panschwitz-Kuckau fordert Bautzens Landrat Michael Harig ein entschiedeneres Durchgreifen gegen den Wolf. Mindestens ein Wolf hatte vergangenen Samstag einen großen Schafbock von der Weide durch den Ort getrieben, es direkt neben der Dorfstraße gerissen und dort bis zur Hälfte verspeist. Es sei nicht zu akzeptieren, dass ein Wolf mitten in einer Siedlung seinen Beutezug durchführen kann und keinerlei Scheu zeigt, so Harig. Er gehe davon aus, dass durch die Fachstelle Wolf als zuständige Behörde kein Abschuss empfohlen werde. Dies sei jedoch Voraussetzung, damit das Landratsamt handeln könne. Von dem Versprechen, dass sich mit der neuen Wolfsverordnung Konflikte vermeiden oder rechtssicher lösen lassen, spüren die Menschen vor Ort leider nichts, so der Ortsbürgermeister. Ab Samstag bis zum 23. September werden im Bistum Dresden-Meißen rund 250 Spendensammler auf den Straßen unterwegs sein, um Geld für die soziale Arbeit der Caritas bitten. Der Erlös der Sammlung kommt anteilig dem Dio-Cesan-Caritas-Verband, den Ortscaritas-Verbänden in Sachsen sowie der Caritas-Arbeit in den katholischen Pfarrgemeinden zugute, wird informiert. Da sich jedes Jahr auch Betrüger auf dem Weg machen, weist die Caritas ausdrücklich darauf hin, dass sich die legitimierten Sammler durch einen Ausweis oder eine nummerierte Sammelliste ausweisen können. Der Ausweis wird zusammen mit einer verblombten Spendenbüchse ausgegeben, die die gleiche Nummer trägt. Auf der Liste und auch auf dem Ausweis ist eine Telefonnummer angegeben, unter der man sich von der Richtigkeit der Dokumente überzeugen kann. Beim diesjährigen Fachtag Leben und Lieben in Deutschland in Chemnitz wurde wieder heiß diskutiert. Das Thema Religionsfreiheit versus Grundrechte stieß eine kontroverse Debatte an. Vier Experten diskutierten über die Auslegung und Ausübung des Islam. Die sächsische Ministerin für Gleichstellung, Petra Köpping, empfindet solche Fachtage als besonders wichtig, um das Denken der Bevölkerung zu öffnen. Mir geht es ganz genau darum, dass wir die unterschiedlichsten Religionen kennenlernen, dass die Menschen sich vertraut machen können mit Dingen, die sie nicht kennen, dass sie wissen, warum in unterschiedlichen Religionen unterschiedliche Lebenspraxen dahinterstehen, dass man vielleicht auch ein bisschen Scheu verliert, aber dass man auch die Fragen, die man dazu hat, stellen kann. Und da finde ich den heutigen Fachtag außerordentlich wichtig, damit man sich informiert. Das gilt sowohl für die einen, die zum Beispiel in Schulen, in Einrichtungen mit Kindern in unterschiedlichen Religionen arbeiten, aber auch für die anderen, die einfach Fragen haben und sagen, ich möchte gerne wissen. Oder wenn jemand Diskriminierungserfahrungen gemacht hat, auch das soll Thema in unserem Fachtag sein. Deswegen freue ich mich, dass wir heute hier sein können. Ein Stargast der Runde war Zairan Atesch. Sie ist Rechtsanwältin, Imamin, Autorin und Gleichstellungsaktivistin. Sie eröffnete den Fachtag mit einigen Passagen aus ihrem Buch »Wahlheimat – Warum ich Deutschland lieben möchte«. Als erste Frau hat sie eine Moschee gegründet, in der Menschen, egal welchen Geschlechts, welcher sexuellen Orientierung und welchen Glaubens, Zutritt gewährt wird. Religionsfreiheit sieht sie als untergeordnetes Recht. Die Grundrechte der selbstbestimmten Freiheiten, die wir haben, wie die Würde des Menschen und das Selbstbestimmungsrecht, stehen meiner Ansicht nach sehr viel höher als das Grundrecht auf Religionsausübung, beziehungsweise in der Religionsausübung. Religionsfreiheit ist ja auch die negative Religionsfreiheit. Deshalb, wenn wir eine Kollision haben von Presse, Meinungsfreiheit und auch zum Beispiel das Recht auf persönliche Selbstbestimmung, individuelle Selbstbestimmung, dann müssen wir eine Abwägung vornehmen. Und in dieser Abwägung sehe ich die Religion immer im Nachgang. Nach der Einführung begann die Diskussion der Expertenrunde. Neben Atesh waren noch weitere Spezialisten auf dem Podium. Die Migrationsbeauftragte der Stadt Chemnitz, Ethel Kakobus, und der Jurist- und Vorstandsreferenz der Giordani-Bruno-Stiftung, Maximilian Steinhaus, teilten ihre Meinungen und Erfahrungen. Moderiert wurde die Runde von Katrin Schröder-Hüttig von dem Verein der Landesarbeitsgemeinschaft Mädchen und junge Frauen in Sachsen. Auch die sächsische Ministerin für Gleichstellung, Petra Köpping, setzte sich in der Runde mit diesem Thema auseinander. Mittlerweile ist dies der dritte Fachtag zum Thema Leben und Lieben in Deutschland. Hinter solchen Tagen stehen konkrete Ziele. Aufklärung, Bildung, interkulturelle Bildung. Deswegen ist es mir auch wichtig bei den Fachtagen, dass wir mit Fachleuten auf dem Podium sitzen. Dass sich diejenigen, die aus Schulen, aus Kitas oder aus Unternehmen da sind, dass sie sich die Fragen stellen können an die Betroffenen, das heißt an diejenigen, die die Religion jeweils ausüben. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, diesen Austausch vorzunehmen. Abgerundet wurde der Tag mit der Poetry-Slammerin Bonnie Lüssien. Diese Debatte bot einige An- und Einsichten. Die unterschiedlichen Meinungen gaben viele Denkanstöße und haben vielleicht sogar den ein oder anderen Geist geöffnet. Wir schalten noch einmal zu den Verbraucherinformationen und sind dann mit unserem historischen Kalenderblatt den Veranstaltungstipps sowie den Wetteraussichten für Sie zurück. Bleiben Sie also dran. Wir bitten zum Tanz im Berggasthof Tschornobow am Samstag, 28. September ab 18 Uhr. Tanzabend mit der beliebten H&S-Diskothek. Eintritt nur 3 Euro. Einfach telefonisch reservieren unter 035 877 899 168. Heimat lebt von ihren kleinen Geschichten und den Menschen dahinter. Kennen Sie jemanden mit einem besonderen Hobby, einem großen Herz für andere oder großem Engagement für eine Sache? Dann schreiben Sie uns an info-at-lausitzwelle.de. Wir stellen diese Menschen gern einmal vor. Das Lausitzwelle Kalenderblatt Am 12. September 2013 ist in Bernsdorf nach umfangreichen Umbau- und Sanierungsarbeiten das Rathaus wieder offiziell eingeweiht worden. Rund 2 Millionen Euro wurden investiert. Über die Historie des Bernsdorfer Rathauses ist bisher nicht allzu viel bekannt. Aber mit dem Umbau konnte das eine oder andere Puzzlesteinchen gefunden werden. Mittlerweile gehen die Experten davon aus, dass das Gebäude um die 400 Jahre alt sein könnte. Das Lausitzwelle Kalenderblatt Und die Mondlandung vor 50 Jahren ist Thema einer Ausstellung im Lichthof des Lausitz-Center in Hoyerswerda, die noch bis einschließlich Samstag zu sehen ist. Gezeigt werden von den Briefmarkenfreunden Hoyerswerda zahlreiche Exponate zum Thema und zur Raumfahrt allgemein. Eigens zur Ausstellung sind auch zwei Sondermarken und Stempel erhältlich. In das Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda lädt der Nachbarschaftshilfefefein Hoyerswerda am Dienstag ab 9 Uhr junge Muttis zum Frühstückstreff ein. Mit dem NHV kann am Dienstag auch wieder gekegelt werden. Los geht's da um 10 Uhr in der Anlage am Jahnstadion. Der NHV greift auch am Dienstag wieder Anfängern beim Umgang mit PC und Co. unter die Arme. Computerhilfe gibt's von 9 bis 13 Uhr im Plauderstübchen der Cafeteria der AWO in der Münsterstraße in Hoyerswerda. Die Kinder- und Jugendfarmen Hoyerswerda bietet am Dienstag ab 13 Uhr wieder die Hausaufgabenhilfe in der Learning Group an. Ab 14 Uhr heißt es alles rund um die Ernährung. Es kann auch in der Holzwerkstatt gebastelt werden. Die AG Schach im Natzen Hoyerswerda-Markt lädt am Dienstag ab 14 Uhr Anfänger und Fortgeschrittene zum Mitmachen ein. Geöffnet hat auch die Erfinderwerkstatt. Im Jugendclub aus Orsien Hoyerswerda ist am Dienstag ab 14 Uhr Game-Tag. Dazu können die offenen Hausangebote und ab 15 Uhr der Internetpoint genutzt werden. Um 16.30 Uhr beginnen Turniere im Soccer wie oder Tischtennis. Geplaudert werden über dies und das kann am Dienstag wieder beim Kulturbund in der Langstraße in Hoyerswerda. Dazu gibt es Kaffee und Tee. Beginn ist 14 Uhr. Bei der Volks-Solidarität in Hoyerswerda im Haus der Parität in der Mannstraße öffnet am Dienstag um 14 Uhr das Handarbeitstübchen. In Lauter macht der NHV um 14 Uhr das Stell-Dich-Ein in der Einsteinstraße auf. Es ist am Dienstag Spielenachmittag. Um 15 Uhr öffnet die Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt des NHV in der Einsteinstraße 47 in Hoyerswerda im Haus C. Der Ganzmacher e.V. in Bautzen in den Räumen des Steinhaus e.V. in der Steinstraße lädt am Dienstag wieder zum gemeinsamen Reparieren ein. Geöffnet ist ab 16 Uhr. Der NHV, der lädt ab 18.30 Uhr zur Gymnastik in die Turnhalle der Lindenschule und im Blow-up-Kino der Kulturfabrik in Hoyerswerda am Markt läuft am Dienstag um 17 und um 20 Uhr der Film Traumfabrik, eine deutsche Tragikomödie aus diesem Jahr. Der Wetterbericht, freundlich unterstützt von Bestattung in Tannenhauer. Familienbetrieb seit 1991 in Hoyerswerda, Lauter und Spremberg. Weil der Tod zum Leben gehört. Nachts größere Auflockerungen und 9 Grad. Am Dienstag einige Regenschauer, vereinzelt Blitz und Donner, dazwischen Aufheiterungen. Es bleibt mit 16 Grad auch am Dienstag eher kühl. Dabei weht ein frischer, zum Teil starker Wind. Musik Am Mittwoch und Donnerstag erwartet uns ein Sonne-Wolken-Mix. Es bleibt weiterhin kühl. Die Höchsttemperaturen liegen um 15 Grad. Musik Ja und das war es auch schon wieder von der Drehscheibe Lausitz vom Montagabend. Liebe Zuschauer, das gesamte Team wünscht Ihnen einen angenehmen Abend. Alle Nachrichten gibt es auch online auf unserer Homepage lausitzwelle.de zum Nachlesen. Wir hoffen, Sie schalten auch morgen wieder ein und bis dahin machen Sie es gut. Musik Musik